Oh, Abspann! Abspann! Sehr schön! Ja, die Insel... Ah, sie nimmt doch einen anderen Kurs und wird wahrscheinlich irgendwo im Meer versinken. Was ich witzig gefunden hätte, wäre, wenn die Insel jetzt auch für ein anderes König gefallen wäre. Aber das ist... Das geht ja nicht. Das wäre ja unmöglich. Ja? Was macht ihr? Ja, wir gucken uns das jetzt ganz gemütlich an. Arthea! Dupla, ich bin daheim. Arthea, hast du dein Auge verletzt? Ich muss dich behandeln. Das wird mich schon nicht umsingen. Arthea! Willst du nur nach Tandell gehen, Dupla? Tandell? Dort lebt Guy. Ich habe ihm versprochen, nach der Schlacht seine Party zu besuchen. Kann ich denn mitkommen? Aber natürlich! Was für eine Frage! Oh... No! No! Komm schon! Und warum dauert das so lange? Ist das Tandell? Ja, es ist Tandell! Mit der Schwester von Guy und seiner Freundin. Der Name... Ach, Leana, genau. Hey, Leana! Jessi... Ne, Jessi hieß sie. Ich bin zurück. Ich bin zurück? Weißt du, welche schreckliche Sorgen ich mir gemacht habe, als die Insel sank? Tut mir leid, Jessi. Was ist mit dir los? So demütig kenne ich dich gar nicht. Du, da warst du mit Hayes und Selan. Ja, richtig. Ich wollte nach dem Kampf ein großes Fest feiern. Alle werden dabei sein? Na klar, Hayes. Nein, na klar. Hayes, Selan, Arthea, DK und Lexus werden wohl auch kommen. Abgefahren. Das klingt nach einem tauschenden Fest. Hoffentlich hat das Hotel genügend Plätze. Wenn nicht, können sie in den Häusern der anderen Leute übernachten. Alle Türen stehen weit offen. Seit wann ist Guy, der Bürgermeister dieses Dorf ist. Egal. Ich hätte schon derbe Lust, diesen Abspann vorzuspulen. Aber das kann ich natürlich nicht machen. Oh, ich bin müde. Die Käfte des Bösten sind auf der Insel nicht mehr zu spüren. Das ist dein Werk, Hayes. Hayes hat Daraus besiegt. Kein Ansatz hier kann sich mit ihm messen. Logo, er ist der zweitstärkste Kämpfer der Welt. Zweiter? Und wer ist deiner Meinung nach der Stärkste? Na, was glaubst denn du? Ich natürlich. Hihihi. Na klar. Glaubst du, Hayes wird in diesem Schloss kommen? In dieses Schloss kommen? Aber sicher, er muss. Unser Duell steht doch noch aus. Ich kann ihn kaum erwarten. Um ehrlich zu sein, ich halte DK auch für den stärksten Krieger. Aber naja. Man konnte sich ja den Charakter am Anfang nicht aussuchen. Also mit wem man spielen will. Dann hätte ich natürlich DK genommen. Oder Lexis. Die Touristinsel hat den Kurs geändert und fällt nicht auf Pandorot her. Hurra! Aha. Die Insel scheint auf Westland abzustürzen. Westland? Ja. Wo genau in Westland? In das Meer, nahe bei einer Stadt namens Alsa. Ich muss nach Westland. Aber erst geht's nach Tannbel. Dort stand eine riesige Party. Woher weißt du das? Ich weiß alles. Das ist so geil. Das ist so eine geile Erklärung. So schuldig habe ich euch schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß alles. Mirko hieß der doch, ne? Mirko, der Vasehöhenfürst wahrscheinlich. Und wir gehen auch nochmal in das Dorf von Hayes. Mal schauen, wen wir hier sehen. Es ist Tia, natürlich. Was ist los, Tia? Was? Ach nichts. Es ist nichts. Weinst du, Tia? Ah, ja, etwas. Ah, jetzt kann ich's nicht wegzwingen. Okay, jetzt kann ich's nicht mehr wegzwingen. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr geweint. Und jetzt plötzlich... Was ist denn bloß? Bist du trausig? Du siehst so niedergeschlagen aus. Ich weiß auch nicht. Ich kann meine Zehen einfach nicht mehr zu zirk halten. Ja, komisch, ne? Och. Ich lasse das... Ich mache das jetzt ohne Kommentar. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Weine nur, wenn dir danach ist. Es tut gut, sich mal richtig auszuweinen. Aber ich kann die Kommentare nicht unterzücken. Wenn es dir so richtig dreckig geht, ist dies das beste Mittel. Morgen sieht alles anders aus. Ja, Tia. Hey, Tia. Mama mia. Du, du hast recht. Ich wünschte, ich könnte es ein bisschen beschleunigen. Ich könnte es auch, aber ich mache es nicht. Allein der Abspann kostet mich, glaube ich, einen Teil. Vermute ich mal. So, jetzt geht es erstmal wieder zurück nach Pandor. Und da ist mein kleiner Sohn. Jairus. Jairus. M-M-M-Mama. Mein kleiner Jairus. Was ist denn? Jairus. M-M-Mama. Was schaumst du von deiner Mutter? Keine Angst, sie kommt bald wieder. Am Arsch. Ich weiß es besser. Deine Eltern haben die Welt gefettet. M-Mama. Und nicht Papa? Nailst du? Papa. Mama. Sie werden bald wieder nach Hause kommen, Jesus. Ey, ich bin fertig. Ich habe es noch gar nicht begreifen können. Ich bin fertig mit Lupia. Nein, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich muss die Ahnhöhle machen. Oh. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo eine Flanke her. Dein Spruch passt nicht ganz, aber egal. Ja, das war es jetzt wirklich. Ähm. Ja, es war es ja noch nicht ganz. Deswegen sage ich jetzt noch nicht danke fürs Zuschauen. Ich sage jetzt einfach mal, ähm. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Und, äh. Den Rest des Abspanns können wir uns, glaube ich, schenken. Also, macht's gut. Hm? Hm? Du kommst nicht aus dieser Stadt. Wer bist du? Wie ist dein Name? Lupia. Mein Name ist Lupia. Das ist ein schöner Name. Wo sind deine Eltern? Wo lebst du? Lass uns spielen. Hä? Lass uns draußen ein wenig spielen. Was wollen wir spielen? Fang. Ich laufe und du fängst mich. Okay. Ich zähle bis drei. Fertig. Eins. Zwei. Hahaha. To be continued. Ja, ähm. Wie wir alle wissen. Ne. Wie nicht. Wie vielleicht nicht alle wissen. Besser gesagt. War das ja hier der zweite Teil von Lufia. Und der erste Teil beginnt halt so, dass man direkt gegen alle Höllen, also gegen die Höllenfürsten kämpft. Auch mit der gleichen Truppe hier mit Haze und so. Und, äh, nachdem man, äh, sie besiegt hat, fängt halt die Geschichte mit einem anderen Charakter an. Und zwar mit einem Nachfahren von, von Haze. Und, äh, das war halt hier gerade die Anfangskonversation sozusagen vom ersten Teil. Lufia 1. Was eigentlich die, äh, der Nachfolger von, von, äh, Lufia 2 ist. Ja. Okay, das war's jetzt nun wirklich. Also, bis zum nächsten Mal. Ach, und, äh, bevor ich's vergesse, hier kam jetzt noch so ne Statistik. Äh, Niederlage. Also, das heißt, wie oft meine Charaktere gestorben sind im Kampf. Also, wer führt natürlich, äh, Seelan. Und wer ist natürlich auf Platz 1, DK. Wer auch sonst. Selbst, äh, Haze und Guy sind achtmal gestorben. Was mich ein bisschen verwundert, denn, selbst Athea, Tia und Lexus sind nur zweimal gestorben. Hm. Und, ähm, dann gibt's hier noch, äh, so eine hübsche Statistik. Hier, Spielzeit knapp 21 Stunden. 26 Übernachtungen. Und, was mich sehr erfreut hat, hier, 888 Kämpfe. Das ist wirklich cool. Äh, Flucht zweimal. Ich kann mich jetzt eigentlich nicht davon erinnern, wann ich geflüchtet bin, ehrlich gesagt. Ähm, geöffnete Thun. Wo hab ich denn Thun? Okay, man kann natürlich die Sachen-Eier wieder, äh, wieder suchen. Und vielleicht sind das die Thun, die ich nicht geöffnet habe. Und außerdem habe ich ja in den Türmen auch ein paar Thun nicht geöffnet. Ja, ich hab schon ein paar Sachen übersehen. Ähm, Ursprung hab ich, also den Ursprungszauber hab ich 26 Mal benutzt. Ja. Und den Eier-Sachen hab ich leider nicht besiegt. Was ich auch nicht nachreichen werde, denn davon gibt's auch schon genügend Videos. Ähm, das Letzte ist einfach nur eine Statistik über die Ahnhöhle. Und, ähm, klar. Ich hab's hier noch nicht angefangen, also ist hier auch nicht viel verbucht. Okay, ähm, dann sehen wir uns halt. Zum wievielten Mal sah ich das jetzt? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier in der Ahnhöhle. Also, macht's gut. Auch wenn man das wird, ist hier auch nicht mehrasket. Und wir ruhen den Adela! Und hier trainieren uns zum Witz. Untertitelung des ZDF, 2020